Mich ist schon wieder tot und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Folge League of Legends. Ich spiele hier mit ein paar Trotteln, wir spielen so einfach random drauf los und mal gucken, was drauf wird. Was? Nein, gar nicht. Stimmt nicht. So Leute, drei Hard jetzt. Ich will nicht schon wieder der Einzige sein, der seine Lane gewinnt. Ja stimmt, das Game gerade eben habe ich ja wirklich gut gecarriert. Hallo Internet. Kannst du bitte einmal die Fresse halten? Äh, hallo. Hallo. Ich muss gerade Stepshel gelesen. Leute, 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 ich habe gerade so einen richtig schlechten Witz gelesen. Was ist der Unterschied zwischen einem Stück Holz und einem Flüchtling? Ein Stück Holz kann schwimmen. Minions have spawned. Ah, du Scheiße, Alter. Wie witzig, Leute. So, ich... Ey, nee, es ist vorbei. Ich bin jetzt an einer Grenze, an der ich wieder auf Knudels gehe. Achso, an einer EU-Grenze. Bist du an einer EU-Grenze? Ich habe guten Draht für die Flüchtlinge. Du hast guten Draht. Achso, das ist der Draht von der Mauer, oder was, ey? Jungs. Der Draht von der Mauer. Gegen wen spiele ich überhaupt? Ich habe gerade eben schon wieder nicht aufgepasst. Ach, gegen den Riven. Nein, das fressen wir in die Augen auf. Nein, Mann. Ich bin schon ein bisschen. Wo ist mein Zubord? Wow. Oh, mein Gott. Nein, mir ist voll zu rankalt. Ich wollte nur Level 3 sein, aber... Ich wollte nur Level 3 sein, aber... Ich wollte nur Level 3 sein, aber... Okay. Jetzt mal Stürmengelder. Aber nee, du meintest ja... Aber nee, du meintest ja... Wie kommt zu dir nichts? Jetzt kommt der Tresch da auch noch... Der K6 schon da auch noch... Jetzt entfahre ich dir mit dich, oder? Eins! Es ist Zeit! Ah! Ich muss mich konzentrieren, Jungs! Du musst einfach mal ein Profilbild anziehen und danach kannst du dich... ...mitzpanzieren. Quatsch. Quatsch, 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 quatsch. Ich glaube, der ist... ...absinken! Wenn der K6... ...nein Stiftling... ...nein Stiftling... ...kein Stiftling... ...kein Stiftling... ...was sagt ein Tractor? Der... ...sch... ...sch... ...wenn ein Schäfer seine... ...den kennst du auch nicht mehr? Okay. ...kannst du dann einen Medrescher? Ach, hat doch die Flasche. Oha, ja ohne Spaß, Alter. Wie lange muss ein... ...eine Kasse trainieren, um Muskelkater zu bekommen? Alter, Junge... ...eine Stattel... ...nur von... ...nur... ...mit Frauen gefühlt ist... ...das ist dann... ...Mann. Ach, hier nix hat doch öfter... ...lö! Hm... Ich fand ihn jetzt geil. Äh, ne! Ey, komm, ich... Komm ich wie die Lade! Lade bin ich... ...und werd gut! ...md Rittiger Hans in der Tavion... ...mein... Ach, okay! Ich hab nur 17 Farm?! ...da fuck... ...Riven geh mal... ...lol, die Riven spielt jetzt mit... weil sie es durch den Jungle nicht hinkriegt. Na gut. Tiefa! 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 Scheiße, wo ist das? Warum fliegen Vögel im Winter in den Süden? Was? Warum fliegen Vögel im Winter in den Süden? Den hat ich schon mal getroffen zu fressen. Weil es zu weit gehen ist. Das Fahrrad ist auch ne schöne Gegend. Welche Vögel legen niemals Eier? Die Männlichen! Bruder schmeckt besser als aus dem Garten. Alter! Das ist unglaublich. Wäre ich jetzt auch bei irgendwann Level 2? Dann könnte ich dich sogar hier. Oh, hast du schon mal noch Level 1? Ach du Scheiße. So, Level 2. Boah, geht ja instant in den Nachbarn. Ja, der könnte ich nehmen. Nehmen sie. Vor allem wisst ihr was? Ich besitze R-äh, Dingsens ja nicht mal Fiora. Nein! Ne hab ich nicht. Ich hab die nicht. Hast du nicht? Hast du echt nicht? Ne, 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 ne. Die ist Free2Play. Aber vielleicht hast du Hazard machen, oder? Die ist Free2Play, du Jassan. Ja. 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 Ich glaub, ich könnte die killen, wenn ich die Schwachstelle auslöse. Die Schwachstelle? Ja. Schwachstelle. So heißt das bei Fiora. Ja. Das ist, wenn du, wenn du den da, den musst du anschreiben auf WhatsApp und dann fragst du, wo ist deine Schwachstelle in den Zahn? Ja, du verbunden. Das war weiter. Und da kommt dieses. Dingsens- Alter... Maaaaa- sorrow- Geld dafür, levina, glein mal weg, wenigstens zurück. Der- then kommt, hat providers Revolution оказasion. Hammer. Joel, h change. Aaaaaaaaaaah." Faaaaaaack! Die haben ihn gedroht, dass er keinen kalten Kaffee mehr bekommt. Alter, ist das jetzt wieder dein Erdbeer? Alter, wie lang die mich shaben. Und damit kriegen sie mich noch. Ja, ne. Ich hab die ganze Zeit gewartet, dass ich mal Erdbeer kriege. Oh, damit. Also, ich will ja nicht sagen, aber ich will ja nicht den Schock davon fliegen. Entweder... Porten eingewickelt... ... oder nicht. Oh, wie iller! Alter, was machst du denn da? Oh, das ist so gut drauf, bitte. Oh, Pais, Alter. Das hab ich mir irgendwie anders vorgestellt. Das ist... Alter, jetzt stirbt die auch noch! Du verrückst ja auch noch! Komm, ich stirb auch noch mal! Los, Noah! Du auch noch! Noah! Läh! Läh! Läh, Alter, war ja richtig Kropfel, Alter. Läh, Kropfel, ich kriege! Alter, 3-0 Casics, das ist immer... Jetzt, die will ich... Die kommt nicht schon wieder mit mir auf ne Lane, Alter. Kann ich mal sich mal in den Jungle verbissen? Is this supposed to be a dream? Please, go back in Jungle, yo! Haha, sie verfehlt sich! Alter, das ist doch nicht dein Ernst! Sie feed it! Die... Ich hab keinen Wissen mehr da. Cause of a new Insta-Log. Ich weiß nicht, ob ich mein Monikor zerschlagen würde, dann kann ich nicht mehr. Ja, okay, aber... Ich wollte die weniger. Our play! Hey! Ah, wo ist mein Support, Alter? Wie kompetentes Typ, voll Kacke, Alter! Hey, ne Fresse, ey! Du sollst mich gerne auf das hier, oder? Wo ist denn so Raka? Wieso ist der noch nicht Level 6, Mann? Du, das Teller war's feist. Kannst du denn auch nicht Level 6 sein, Raka? Your turret has been to sleep. Ein Support bleibt man auf der Lane. Nee, nicht unbedingt. Ja, aber... Du schon. Weil du ja eh nichts machen kannst. Hat die Hilfe? Boah, das Level wäre sinnvoll, dass wir es ziehen, damit man hier ist. Let's fly wie ein Game ein? Oh, ja, was ist das? Ich sag, dass du hier... Ich sag, sie jetzt play wie ein Game. Ja, Mann, wie kommt er so? Ich kann doch nur Husten auf Dingling einfallen. Ja, jetzt... Jetzt schieb's dich auf Husten, Sam. Auf den Juden alten Husten sagst du... Auf den Juden alten Husten sagst du... Na, du musst schön reifen, ne? Wie ein alter, guter Bein. Haha, das wäre jetzt gewesen. Wäre ich fast wuschig geworden, ne? Ach du Scheiße, wie fett ist denn dein hässlicher Yasu? Scheiße. Ben, geh rein! Du bist tot! Ah, ne, doch nicht. Es ist phasic. Leute, der macht euch fein. Ihr dürft euch doch nicht voneinander entfernen. Du musst zu deinen Minions hin. Oder kriegst du den so? Ja, ist das Mana aus gewesen. Wie das gehört? Noo! Kein Limit! Kein Limit! Kein Limit! Wer das hier mit Bullshit war ist, tropf, muss ich doch mal spielen. Noo! Aber ich carry das eh. Weil ich nämlich so'n Pro-Spieler bin. Ich kenne wahrscheinlich die seitlich im Afro, dieser LCS-Spieler da. Alter Junge, der ist so geil. Das ist wahrscheinlich ein Snacks, der sitzt wahrscheinlich auch im Monik. Das ist Movie, eindeutig. Ja, das ist lustig, ist das im Fall. Halt! Du musst aber auf deine, sonst zu deinen ADC gehen, das kriegt nichts. Wenn Noah mal ein Bier gekippt hat, ist der richtig fucsig. Wo kriegt der denn im Kindergarten Bier her? Du, der hat so schrackt. Alter, ich dachte grad, du wärst ein Gegner. Ich dachte, wir müssen Schrecken her. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Schrecken hatte, was soll ich tun? Weißt du? Soraka, anstatt dass du Mitte vom Schnee... ...weg aus dem Fenster werben? Vielleicht, dass du mal irgendwie deine Eltern verklopft, weil die nicht gezeugt haben? Soraka, bitte geh deinen ADC zu fordern. Ich brauch die Leute. Ich bin der Mitte vom. Ey, da kommt ein Versuch. Ein enemy ist unstoppable. Oder doch? Komm her, komm her, Soraka. Ey, 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 ey. Wo ist mein Support, Alicja? Scheiße, Alter, warum crittet der denn? Ich bin der Hufe drüben. Auto-Attack, Auto-Attack! Loil! Läuft bei uns. Mann, warum musste diese hässliche Riven auch noch kommen, Alter? Gut, Punkt, Alter. Ich wollt den ja mit Benderferlane sein. Das ist doch dumm, ne. Ehh... Blöd um Rechtsziege auf die Botblane zu machen, Alter. Ist der... Ist der ihn gewaldet hätten wir den jetzt wirklich bekommen. Ist der ihn gewaldet? Danke dir übrigens. Weißt du, er kommt nicht auf meine Lane, Alter. Ich glaube, ich muss geifieten. Alter, macht keinen Spaß mit ihm. Könnt ihr jetzt mal aufhören, bitte? Ne, ja, das kannst du mal Soraka sagen. Alter, wieso soll ich spiel? Wie soll ich ohne Soraka spielen? Ich kann auch von meiner Lane gehen. Ich werd so ein bisschen weggefegt. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ist gut. Hässlich in der... Warum musstet ihr ja Susu fielen? Der ist mit dem gefiel, der die drei Kills bekommen hat. Das hat er nicht. Kha'Zix hat den Tribal fielen. Glaube ich. Doch, Kha'Zix. Er hat dadurch drei Hits bekommen, wow. F-Six. Sch-Six. F-Six. F-Six. Ähm, Kha'Zix. Red war F-Six. F-Six. Alter. Ich hab mir jetzt schon einen Server gelegt, wenn du wachkommst Hier drauf Das ist nicht dein Ernst so Reykai Was kann ich denn machen? Fuck Alter, wie die uns ficken Jungs Was ist er? Ich glaube, warum ultet er nicht, ne? Ach mann, Alter, die Riven ist jetzt auf... ... 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 Dafür hat sie dann letztendlich bezahlt, kein Problem Das ist die Gehaltschein Was ist der Wir machen Drake, Leute. Ja, die krieg ich auch alleine, Leute. Echt. Echt, Jeff? Ja. Hela, komm mal. Ja, wir laufen oben lang. Oben, 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 oben. Knapp holt sie. Knapp holt sie. Lauf. Alter, meine E-Taste kaputt oder so. Ich hab... Ich hab so... Komm, Genix. Ich hab so... Ich hab so... Ich hab sie... Ich hab so viel... Warte mal. Ich hab nicht die Warte. Ich hab's geholfen, du sagst. Ich hab' eine Schreise auf. Ich habe mein Wettbewerb auf dir Das Spiel ist gerade zu laut bei mir Sooo Jetzt wird's greedy Ja, ihr greedet euch tatsächlich ein bisschen rum Okay Okay, war irgendwie mein... War irgendwie... Sie hätte jetzt richtig gelacht, wenn du verrecken hast Ich hätte jetzt auch richtig gelacht, hätte ich das getroffen Geht aber nicht weg Kann sein Die... Sie hätte dich einfach verrecken lassen Kann der überhaupt mit seiner Windwall Irgendwie kann er blocken Anscheinend Autotacks kann er blocken Ich habe kein Damage bekommen Äh, alle Pro... Projektile Alles, ja Ja, ist ja Ich habe kein Projektile, das ist ein Stern Ich habe kein Projektile, das ist ein Stern Ich habe keinen Fall zu... Ward mal bitte Kann sein Push war top Was machst du da? Warum geelst du? Ich dachte... Ich hätte dich holt immer schon... Nice Barron 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 Leute, macht Nash Nash Ja Hey, komm, geht zum Ballern einfach Buhuuu 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 Wir brauchen was Tankiges, wir haben nichts Ich glaube wir heal Ich glaube wir heal Du triff nicht mal den Parallel, Alter Ich geh halt eine... Ich geh jedes Mal die Er geht einfach weg, ich fein, ich fein Ich geh mal Botlane Ich geh mal Botlane Alter, ich hab jetzt schon zwei aktivierbare... Drei aktivierbare Items Welche denn? Naja, meine Flask, diese Hunter's Potion Äh, Bilgewasser Cutlass Und Riven Asylum R-Riven, das ist nicht dein Ernst, oder? Du nimmst ernsthaft den Bloober? Du nimmst ernsthaft den Bloober? Ja Das ist ja übel zu mir Wenn Feit ist, Feit ist Feit ist Nicht Leute, ihr habt auch gefeiten da Scheiß drauf, Madel Scheiß auf Kort, wir machen es einfach trotzdem Ja, ich hab ihn gesaved, du dummes Kind Du ja Ich hab doch keine gerede Mit dir hat auch wirklich, wollte ich gerade sagen Wenn ich hier auch noch... Du hast nur mal gesagt, dann Weiß ich, wie mein ich werde Weiß ich, wie mein ich werde LOL Da haben sie mich richtig hart outplayed Nice, gut gemacht Schreibst du, LOL Hm? Schreibst du, LOL Das ist nicht euer Ernst, warum lasst ihr den entkommen? Das wäre ne Q für dich gewesen Herr Yasu Danke Alter Ist das doch ihr verkackter Jass? Ne Dann mach die Riven den Kill Löwen, Bevin, Bevin Bevin, Bevin Bevin Die Riven ist aber auch nicht dünn, ne? Aber der K6 macht echt damage. Ey, pass auf! Du brauchst die Trinity? Du musst die Trinity auf hier bauen. Und du brauchst Statics. Wir sind Pros. Weißt du, wo wir herkommen? Aus Prolin? Ey, die bauen da auch mit Bambus. Also die wissen, wie das geht. Da, wo Unge? Der Bord auch mit Bambus. Aber das ist dann ziemlich ungewohnt, oder? Nein, nicht. Ey, pass bitte auf. Tschüss. Komm, wir gehen in den Shop. Ich ficke die eh alle. Oh, die Rotations hier. Oh, oh. Lauf, da. Lauf. Ich hab die, ich hab die. Hier, Kha'Zix. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Ey, Kha'Zix ist ja noch... Ich bin für euch, ich bin für euch. Ist mir doch scheiß egal. Jynx kommt auch noch. Wie gesagt, Jynx ist da auch noch. Wie gesagt, Jynx ist da auch noch. Soll sie doch, die Jynx kann kommen. Hirn, keine Potts. Nice. Ganz schön. Kannst du auch noch bekommen. Niiice. Aber der muss auch so spammen. Jaaa LOL! Na gut Da wollte er zu viel Richtig Pass auf, da sind vielleicht welche Wir haben den Kopf auch um nachgeguckt, aber auch keiner Die Ult hast du nicht gesehen? Alles gut Ähm, was brauch ich denn noch? Nimm du Graves Du hast was Besonderes, ich weiß Nimm Das wird mir hier noch vorgeschlagen Ach, das Ding genau, das wollte ich bauen Dann krieg ich die Verzauung noch Ähm Du Was ist los? War ein bisschen fäuner auf keinen Fall Ja Ich glaube ich weiß welchen Champion ich mir als nächstes hole Wahrscheinlich nicht Fiora, oder? Ne, nicht Fiora, du Alles klar! Ich hab keine Windball, ne? Ich hab keine Windball Ja Warum heult ihr denn so rum Jungs, ey? Geht weg, geht weg, geht weg Ey, geht weg drauf Ne, ne, geht nicht drauf, geht nicht drauf Ja, okay, drei Leute Leute, lasst es, lasst es, oder? Haltet sich zumindest auf Ja, wir gehen uns mal an Ja, wir gehen uns mal an Jawoll! Schadam Nice, nice Ich nicht Ich nicht Hast du ein teureres Item-Bild als ich? Ne, ne? Doch hast du, doch hast du Oder nein Nein, 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 nein Es ist einfach geiler Naja, stimmt, ne, ja, vielleicht Guck dir mein Item-Bild an Ich hab ein Ich hab 1,64 Attack-Speed Ich könnte locker mit meinem First-Hit Wenn der critet Den Thresh 1K-Leben ziehen Hm? Der Board-Camp Der ist schon traurig Der ist sogar ganz Erschwund wie vor Ey, 30 Sekunden Baron, Baron, Baron Hahahaha Räufig bitte, Baron Ach, Baron Ich kann Nash gleich alleine machen, Leute Ja, wir müssen aber erst Karte Ey, bait die, bait die Ey, ich könnte jeder aus dem Platz die Baron machen Gibt's eigentlich noch diese Tränke? Hilfe Ne, ich kann das nicht machen Wie viel kosten die denn? Flasch? Wie viel kosten die denn? 500 Ja, aber, aber diese, diese, die Filme auch so 50 Gold waren Ey, lass den Werbe weg Ey, Leute, komm kurz vor kurz vor Ja Aber die ist doch krass Ja, die ist super krass Bäm Vielleicht die Valkyrie Vielleicht die Valkyrie Ja, so oben Oben, ja so Ja, aber das wär das ja bei uns Ja, wo Hier Ja, wo Ja, hier Das wär das hier ja auch das Feuer Loll, das Feuer Alter Alter Hahaha Da ist das richtige was Ja, das kann ich nicht machen Ja, das kann ich nicht machen Ja, ich muss das Ich kann wiederholen Wir haben was gesagt, dass Von wegen das Feuer Oh, Leute, das ist der Feuer Oh, Leute, das ist der Feuer Ja, das haben wir noch gemerkt So Leute, jetzt hat ich Ultra 4 AD Hey, Jigspot Wer soll explodieren, Leute? Wer soll explodieren? Nein, geht da nicht Nein, wer soll ich Obwohl, von beiden Seiten Los, los, los Zwei gegen zwei Zwei gegen zwei Einer ist super Fuck Explodieren Ich hab schon wieder mein Dingsens nicht durchbekommen Ich, hätt ich die Riven Hätt ich Hätt ich die Riven plattgekriegt, ne Dann hätt ich Dann wärs das gewesen Dann Ich fick den auch wieder än Ich mach Hope Hope Was öffert ich denn noch ich habe jetzt einen lifestyle von würde ich mir blutdürste holen da würde ich richtig eskalieren lifesteal ich habe 24 prozentigen lifesteal infinities für den grid das ist kein free baron dein ernst Ich komm den Jörg von die ganze Zeit nicht gut, weil er von meiner E-Gefalmung wurde. Das ist jung. So, jetzt hier wäre Eskalation, Leute. Und... Halt! Haurig, Mann. Schade. Voll Baron? Ja. Ja. Komm, G-Nix. Oh, fuck. Bitte. Geht weg, geht weg, geht weg, lass einfach zum Battle. Von uns beiden ein Auto-Attack und dieser Tod. Ja, ohne Spaß, ein Auto-Attack. Ey, lass hier trappen, komm hier! Boah, ja, ja, ja! Aber nice, Alter! Boah, ja, lass trappen, Mann! Warum hätt ich jetzt bloß... Aber noch Healen für Nesses! Nee! Was ist das? Ich Spielue und ich bekann doch echt hin. Ich Bin für den Heavy from Identity. Weiß? Weg 이야! Oh, oh. just a horse butt a horse will! Oh, oh! Oh... Oh, oh... Oh, das ist nichts! Boah, Juko, das ist ja nicht so gut, das glaubt ihr. Das ist ja nicht so gut, das ist ja nicht so gut, das ist ja nicht so gut. Alter! Ey, du hättest echt nur überleben können. Scheiß, aber ich hab aus Versehen auf einen Minion gerecht. Was ist los? Was macht ihr da? Wut? Bisschen cool. Halsbocker. Können nicht mithalten, dein Gesicht kann auch nicht mithalten mit deinem Körper, weil deine Fresse so fett ist, Alter. Bloodthirster. Ich glaub, muss ich mir auch mal zulegen, denn es ist so weibig zufrieden. Ja, echt, ich muss jetzt länger überleben. Ihr Dings guckt dir das Bild an und sagt das und Lüge. Franz. Jetzt kommen erst mal Baronen. Gio sieht einfach so hässlich aus. Läu. Er teplit einfach. Er ist ein Gangster. Halt da, ich geh ab, lass! Was macht das? Oh Gott! Oh Gott! Den schaffen wir zu zweit, den schaffen wir zu zweit, 100 pro. Ja, mach jetzt, ich brauch Gold. Ich hab Leipzig, lass mich denken. Oh Gott! Ach, der ist schädert, ne? Ach, der ist schädert, ne? Ich hab Leipzig, lass mich nicht. Oh oh! War so klar. War so klar. War so klar. War so klar. Was ist das für'n Bedrock, Alter? Wir haben alle. Alter, ich hätte flashen sollen. Komm, hier! Ja. So ein Loil-Games macht ja wieder Spaß. Weil wir farben die halt eigentlich nur noch ab, wir könnten schon mal weg. Ne, wir hätten bisher noch... Lass, lass top pushen, top pushen. Ne, wir hatten noch kein einziges Mal die richtige Chance. Ja, geh mal back. Wir hätten ein bisschen mehr Teamplay gehabt teilweise. Ja das stimmt, das stimmt. Wären wir nicht immer lonely gegangen, sondern hätten uns mal deffen lassen, dann hätten wir die so gefickt. Ich hab keinen Bock mehr. Feuer ist immer noch da. Ich hab einfach, als ich tot war, in Form bekommen. Ich stand hier und hab nix gemacht, außer Backporten. Dann kam die Ult geflogen. Hey, ich hab schon wieder in Form bekommen. Der Hammer. Ja, aber schnöchchen. Weil die das Item auch von Fiora hat und die das richtig gemacht hat. Kämpf. Was auch so verdient. Ja, scheiße am Arsch. Warum... Ich war gestunt. Das war... Bad place von mir. Ich glaub, ich hab Graves Endgame jetzt verstanden. Ich weiß, wenn auch echt... Leute, 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 Leute. Wenn ihr dürft... Wenn ihr... Wenn ihr auseinanderrockt, wenn du... Ich bin Jesus Christus. Nein. Dein Vater. Jesus! Nein! Oh, die sind nicht da! Ich bin wohl, dass ich nicht wäre. Fuck, die Leute. Ey, pass auf, da sind drei Leute, da sind drei Leute. Oh, die ist doch hier! Oh, Leute. Oh, Pee, Jungs, Alter. Oh, Pee, Jungs, Alter. Oh, ich kann nicht picken, die ist langweilig und scheiße. Langweilig hab ich nicht gesagt, nur scheiße. Ich hab langweilig auch nicht gesagt. Hast du... Hast du am Ende gesagt, du sollst die picken, weil wir die Kamera wirklich nicht hatten? Ne, lück nicht. Leute, ich... Wenn ich... Wenn ich einmal mein Kraftfeld durchkriege mit meiner Ult, ne? Der Witz war ja... Das heißt... Leute, ähm... Pass auf. Jeder, der meine Ult immer noch nicht verstanden hat. Es geht da... Hey, versuch ich mit einer Q zu zielen. Fuck that shit, I'm out. Oh, Leute, ich hab mir die falsche Drink geholt. Das sah cooler aus. Achtung, Leute, jetzt rückt nicht so vor, Jungs. Fuck that shit, I'm out. Fuck that shit, I'm out. Wait for me. Ey, jetzt... Jetzt fight's doch nicht so alleine. Ich will auch was machen. Machen. Alter, ein Junge. Du kriegst die so hart weg, ne? Und nicht heal. Ja, danke, bitte. Ey, ich kann mir das zu zweit reißen. Ich hab Leben. Oh! Nein! Nicht weg. Hör auf! Aufpassen! Zuruf! Ich hab... Ich hab alles... Wir haben einfach keinen Lust mehr. Ne, nicht finishen, nicht finishen. Lass nicht finishen. Können euch nicht. Na klar, ich hab geacet gerade. Komm, hier, top lane. Kommt, 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 kommt. Nö! Hör aufpassen... Hör aufpassen! Nö! Nö! comer Ethan? Hör aufpassen! Hör aufpassen! Fürários. Gefällig. W провязan einfach nichtります! Wer die natürlich jetzt auch heilen können! Sch das ganze langweilig geworden ist das doch ganz langweilig ist doch das ganze langweilig geworden ist doch das ganze langweilig geworden ich stehe es 32 ich habe es jetzt machen 32 6 15